Hallo und herzlich willkommen meine lieben Freunde. Wieder mal eine Minecraft Session. Entschuldigt den Partner im Tyx, es könnte sein, dass er nicht viel redet, weil er ist leider krank. Ihn hat's erwischt. Äh, ja, nicht so geil. Hört sich an wie ein anderer Mensch, auf jeden Fall. Wie ein Alien oder so. So. Ja, wir machen heute einen entspannten Stream, der Fatib Nix hat sich gewünscht, dass wir heute mal ein bisschen was ruhigeres machen. Deswegen nehmen wir Minecraft auf und tun ein bisschen, ja, chillen und euch auch mal ein bisschen zeigen, was wir in der letzten Zeit geschafft haben. Und uns auch heute, ich würd sagen, ich will mich auch heute dafür entschuldigen, dass einige Folgen nicht gekommen sind, dass wir sie eventuell, wenn wir sie gefixt haben, nochmal online bringen würden, wollen würden. Ja, die Folgen waren ganz gut, aber der Ton ist halt scheiße. Naja, die sind halt ein bisschen kaputt, dadurch, dass ich ein bisschen Scheiß gebaut habe am Anfang. Aber ich hoffe, dass wir, dass wir sie irgendwann nachreichen können. Und, ja. Diese Folge, die kommt ja auch weitaus, weitaus später als die Folgen, die, die kaputt waren, da sind. Ich hab sie ja noch. Ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass wir irgendwann das alles wieder in Ordnung kriegen. So, ähm. Ja, was hab ich denn vor? Wollte ein bisschen für Essen sorgen. Du bist ja jetzt in der Mine, ne? Mhm. Klau mir jetzt ein bisschen Eisen. Oh. Ach. Die Dia sollte so drin. Alter, wir haben ja 34 Diamanten. Ich hab auch noch mal vier. Ja, da kann ich mir ja mal, da könnte ich ja anfangen, uns langsam, aber sicher mal so ein bisschen Dia-Sachen zu bauen, ne? Aber nee, wir warten lieber noch. Nee, ich brauch keine, für das Farm und Bauen bräuch ich keine Dia-Sachen. Das stimmt. Nee, wir lassen's so. Ich nehm mal eins, zwei. Ich hab ja auch gar nichts mehr, ne? Warum hab ich denn gar nichts mehr? Vielleicht das letzte Mal gestorben? Weiß nicht, ich nehm mal alles mit. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich gestorben bin. Das ist schon ewig lange her, dass wir Minecraft aufgenommen haben. Und gespielt haben. Aber ich glaube, ich bin echt gestorben. Das kann gut möglich sein. Bei meiner Inkompetenz auf jeden Fall möglich. Kann schon mal passieren. So, ähm. Wir hatten doch irgendwo so ne schöne Kiste. Ach, das war die Kramkiste, die ist ja da, aber da sind keine Sticks, ne? Ich glaube, es wäre sogar sehr gut, wenn ich, ich glaube, in eine Holzfarm gehe. Ich glaube, wir haben nicht mehr viel Holz, ne? Könnte gut möglich sein. Yo. Wir haben nämlich gar kein Holz mehr. Ja, dann ist das, glaube ich, gar nicht mehr so verkehrt. Aber ich hasse dieses Akazienholz, das abzubauen, ne? Echt nervig. Ja, weil die Bäume halt so scheiße wachsen, ne? Ja, genau, so sieht's aus. Ja, ich hoffe, ihr hattet echt ne gute Woche, im Gegensatz, äh, zu mir und dem Partypnix. Der Partypnix geht's ja seit Freitag, hast du gesagt, ne? Richtig scheiße. Ja, war seit fast ne Woche. Ja, das ist schon heftig. Ich bin irgendwie dauerhaft müde, seitdem ich beim neuen Betrieb bin, weil ich gefühlt echt anderthalb Stunden früher wach werde, als ich sonst wach worden bin oder aufgestanden bin. Und es ist echt ungewohnt, so früh aufzustehen. Wird ja mittlerweile um sächste schon wach. Mhm. Äh. Er ist sehr gut vorbereitet heute wieder. Mein Headset war über die Nacht an. Und jetzt ist es leer. Und jetzt hat's gerade getutet, weil's leer ist, genau. So, jetzt hab ich's angesteckt. Hab ich halt so ein scheiß Kabel an mir dran. Aber naja, so ist es halt. Wenn man so unvorbereitet ist. Ja, toll. Hab ich die Karotten... Ich sag am besten gar nix. Ich hab die Karotten kaputt gemacht. Ich hab... Ich hab mich auch lange nicht mehr um unser Feld gekümmert, merk ich. Jo, ist schon ein bisschen länger was her, ne? Mhm. Und sonst, wie war deine Woche? Äh, auf dem Sofa. Außer, dass du traust was. Ich hab's auf dem Sofa verbracht. Echt? Die ganze Zeit nur auf dem Sofa. Ach, erzähl mal, wie war ähm... Hier, Dings Wrestling. Royal Rumble? Ja. Mega geil. Also, das hab ich noch mitgekriegt. An dem Sonntag ging's mir komischerweise recht gut. Ja. Und, ähm, war ich halt nachts beim Kumpel und haben wir Wrestling geguckt, den Royal Rumble. Das war echt echt ziemlich geil. Ich hatte sehr hohe Erwartungen. Ja. Und ich konnte eigentlich von meinen Erwartungen her nur enttäuscht werden, aber die WWE hat's mal geschafft, mich nicht zu enttäuschen. Kommt selten genug vor. Geil. Naja, ich nenn ihn jetzt einfach mal äh, Monkey D. Ruffy. Monkey D. Ruffy? Was? Monkey D. Ruffy. Ähm, der, mit dem du das zusammengeguckt hast. Muss ja einfach mal den Namen sagen. Ähm, ich wurde von ihm gefragt, ob ich dann auch Lust... Also, an dem Tag, weißt du, an dem Sonntag hat er mich gefragt, kommst du denn auch Quartal? Ich sag, ja, ja, ja. Erstens, erstens, danke, dass du mich Quartal nennst, Arsch. Ne? Und zweitens, ähm, ich hab das voll vergessen gehabt und ich hab dann halt mich tausendmal entschuldigt. Ich so, ja, sorry, ich hab auch keinen freigekriegt und so und voll vergessen und leider keine Zeit und, ja. Aber wäre wahrscheinlich richtig geil geworden. Ich hätte mir das auch gerne angeguckt. Ja, das ist schon was ganz witzig ist. Ja, das Nächste, was ich, das Einzige, was ich mir auf jeden Fall nochmal angucken möchte, ist, oder besser gesagt, generell angucken möchte, ist mal den Super Bowl. Da bin ich nicht. Da werden jetzt wahrscheinlich einige Leute die, die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich verstehe das Spiel nicht. Ja, ich würde, ich würde es einfach mal angucken, weil ich verstehe es grundsätzlich, also, eigentlich so, ich verstehe es nicht, ja, und ich würde es gerne einfach mal verstehen, um, ähm, ja, weiß ich nicht, halt in manchen Gesprächen auch mal was dazu, also, mir was vorstellen zu können, wenn irgendeiner erzählt hier von wegen, hast du das gesehen, oder, er hat das und das gemacht, und bla bla bla, weißt du? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so gut rüberbringe, was ich meine. Ähm, zum Beispiel diese ganzen Spielzüge, die haben ja dieses Off, ähm, Offensive, was auch immer, irgendwie, Kack. Ja, ich weiß auch nicht. Es fängt schon an, ich, ich kann es gar nicht erklären, weil ich habe das bei jemandem mal mitgekriegt, ähm, und der hat darüber geredet, und ich, ich dachte halt so, ja, von wegen, ja, erzähl halt weiter, ne, aber ich verstehe nicht, was du meinst. Ja, und jetzt denke ich mir halt so, ja, kannst, kannst du den mal angucken, ne, und wenn es dir halt nicht gefällt, dann guckst du es halt nicht mehr, ne, so denke ich halt. Und bei, bei WBA auf jeden Fall, ich habe mir das früher so gerne angeguckt, Royal Rumble und was weiß ich was alles, ich bin halt damit aufgewachsen, nur irgendwann habe ich echt die Lust da dran verloren, und ich dachte halt, es ist entweder abgesetzt, oder ich habe es halt immer zu falschen Zeiten geguckt, ne, oder versucht zumindest zu gucken, und ich habe halt nicht so die Anstrengung gehabt, um irgendwie mal im Internet nachzuforschen, ob es das dann überhaupt gibt, ob die das immer noch weiterführen, ne. Ja, die hatten damals ja den Senderwechsel gemacht, die waren ja auf, auf, auf DSF damals noch. Genau, genau, da habe ich das ja angeguckt. Ja, und dann kam sie irgendwann auf einem anderen Sender und da hatte ich es dann auch nicht mehr komplett mitgekriegt. Mhm, genau, und das war halt ein bisschen schade, fand ich, weil ich habe das echt genossen, die Zeit. War halt witzig auch. Ich habe, ich muss auch sagen, die Zeit, wo ich das geguckt habe, da war Eddie Guerrero noch dabei, Ja. Ray Mysterio, und... Ray Mysterio ist bei Royal Rumble zurückgekehrt. Echt jetzt? Aber anscheinend nur One Night Only. Ach so, naja, schade. Schade. Also, es war, die Zeit war echt geil, und ich habe auch zu der Zeit aufgehört, als der Clinch zwischen Eddie Guerreros Bruder und Eddie Guerrero, äh, und Eddie Guerrero und, ähm, Ray Mysterio war, äh, wo die beiden, also, also, Bruder? Ja, da war doch noch, der hatte doch einen Bruder, glaube ich. Ach so, sein Neffe, Schade. Ja, genau, Neffe, nicht Bruder, siehste, ich habe das schon so lange nicht mehr geguckt, und, ähm, da war ja irgendwie, Eddie Guerrero ist doch verunfallt oder gestorben, oder was auch immer bei einem, Ja, in einer Überdosis ist er gestorben. Ja, aber die haben das ja so, glaube ich, Herzinfarkt. Ja, und die haben das halt so dargestellt, als wäre, weiß ich nicht, im Ring gestorben, oder was auch immer, oder er wäre schuld, der Rey Mysterio, oder was auch immer. Ach so, ja, da war so ein extremer Clinch. Ja, ja, das war so ein extremer Clinch, und die haben ihn gehasst, und dann wurde er nur noch verprügelt, er hat fast alle Kämpfe verloren, ne, und, äh, irgendwie, irgendein Kampf, ich weiß nicht, ob ich mich richtig erinnere, aber ich glaube, er hat irgendeinen Kampf gegen Great Khali gemacht, nee, nicht Great Khali, ähm, Undertaker gemacht, und hätte fast gewonnen, und dann wurde er irgendwie, ähm, ausgepinnt, oder was auch immer, und es war halt, zu der Zeit, irgendwann, hab ich's dann halt verloren, weil, ich hab's dann halt nicht mehr aufgeguckt, mhm, und, ja, dann, dann, kurze Zeit darauf kam auch der Senderwechsel. Ich weiß gar nicht mehr, wo's dann nachlief, ob's dann direkt auf Tele 5 lief, jetzt kommt der ja mittlerweile auf ProSieben Max. Ja, ich glaube, es ist, ich weiß nicht, irgendein Sender muss es sein, ich glaube, es kann sogar Tele 5 gewesen sein, weil Tele 5 und so einen Scheiß guck ich gar nicht, Ich hatte, glaube ich, damals Tele 5 nicht, deswegen hab ich's irgendwann nicht mehr weitergeguckt, ich glaub, da war irgendwas. Mhm, also, es war, Tele 5 war für mich immer so ein Rottsender. Ja. Ne, also, finde ich jetzt so persönlich. Und mittlerweile ist das eigentlich ganz witzig, da kommen ganz, ein paar ganz interessante Sachen. Ja. was ich halt auch sehr gerne geguckt habe, wenn ich zum Beispiel einfach so mal aus Spaß gespielt habe und alleine gespielt habe, war D-Max. Ja, sowieso. Genau, ich hab ja Satu, ähm, die App, ich bezahl ja Geld dafür und hab das am PC installiert und wenn ich halt an der Arbeit bin, guck ich auch öfter mal Fernsehen, so D-Max und was weiß ich was alles, wenn irgendwas zur Mittagszeit läuft halt, ne, und, ähm, ja, aber ansonsten, halt, ProSieben, Vox, Kabel 1 und diese Geschichten, weißt du, äh, Tele 5 war nie so, nie so mein, mein Fall. Ne, abgesehen von Wrestling, äh, hab ich das auch nie geguckt, aber dann hab ich halt gesehen, da kam dann, äh, auch, ähm, Stargate und sowas und Stargate hab ich immer ganz gerne geguckt. Mega nice. Stargate war damals noch auf, äh, War das auf Vox oder war das auf ProSieben? RTL 2. Echt jetzt? Also ich hab, ich hab Stargate damals immer auf RTL 2 gesehen. Es gab doch Stargate und Stargate Atlantis. Sind die nicht auf zwei verschiedene... Stargate Universe. Die sind doch auf verschiedenen Sendern. Stargate Universe hat sich keiner angeguckt. Ja, die sind aber auch, glaub ich, auf verschiedenen Sendern gelaufen. Ne, die sind alle auf RTL 2. Was lief, was lief denn dann auf... Was war das denn das andere dann? Weiß ich nicht. Ach, ne, wo lief denn Star Trek? Ach, um ne Kabel 1, glaub ich, teilweise. Ja, siehst du, dann kann das sein, dass ich das mit Vox verwechseln will. Aber irgendwann lief auch auf Tele 5 mal die ganz, ganz alten Folgen Stargate und Star Trek und was weiß ich was alles. Alter! Ja, ja, ja. Tele 5 lief dann Stargate. Ich glaube auch Star Trek, weil die haben ja dann ihre Science-Fiction-Stunde da immer gehabt. Genau, genau. Die ganz alten Folgen liefen dann mit da. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Alter, stecken 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pfeile in mir, ey. Die Skelette sind echt, seit dem Update von, 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 ein paar Monaten sind die Skelette ja mega heftig geworden, ey. Ja, die sind vor allem viel genau, ey. Ja, die treffen mich dauernd, ey. Ich kann echt nichts machen, ne? Deswegen, ich werde mir jetzt den Bogen aus der Kiste schnappen. Wir haben ja hier irgendwo einen Bogen gehabt, glaube ich. Ja. Mach das mal. Ja, weil ich, creepy. Ich muss mich ein bisschen schützen, weißt du. Pfeile hatten wir ja auch da in der Kiste. Es ist so gut, dass wir diese Kisten beschriftet haben, ne? Ja. Sonst wirst du das nie wiederfinden. Richtig. Ja, stimmt. Ich wollte ja, oh, ich weiß, was ich machen wollte bei der letzten Folge. Zumindest bei den letzten Folgen. Da wollte ich mich ja drum kümmern. Oh, Ziel über. Ich wollte mich ja drum kümmern, dass unsere Itemframes fertig werden. Dafür habe ich ja die ganzen Kühe gezüchtet. Wir haben ja mittlerweile schon arschviele Kühe hier rumstehen. die essen unser ganzes, ganzes Zeug. So. Muss ich auch ein bisschen was futtern, sonst sterbe ich gleich, wenn ich wieder angegriffen werde. Ja. So ist das halt, ne? Mhm. Und Hä? Stirb doch. Wo ist denn jetzt hier noch ein weiteres Skelett? Irgendwo ist hier noch ein Skelett. Ich sehe es noch nicht. Ach, Mann. Ja, was richtig ätzend ist jetzt seit Tagen, ähm, ist ja so, dass, äh, jetzt meine Führerscheinprüfung immer näher rückt. Mhm. Am 16. Einen Tag nach meinem Geburtstag ist es soweit. Mhm. Und Alter, mir geht echt die Muffe, ey. Das kannst du gar nicht vorstellen. Ehrlich, die letzten die letzten zwei Fahrten waren echt für den Arsch. Muss ich ehrlich sagen. Ich habe ja jetzt die sechs Stunden Fahrt, die ich mal gemacht habe, hm, darf man ja gar nicht so sagen, ne? Warum? Ich weiß gar nicht, ob das zulässig ist, dass du sechs Stunden fahren darfst. Warum nicht? Also sechs Fahrtstunden, nicht sechs volle Stunden, sondern sechs Fahrtstunden. Warum soll das nicht zulässig sein? Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich frage mich halt, ob das zulässig ist, aber ist egal. Ähm, ja. Schreibt es in die Kommentare, ob das zulässig ist. Genau, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Aber du hast es ja freiwillig gemacht, dich hat ja keiner dazu gezwungen, also von daher. Genau, so sieht es aus. Ja, es war halt, die Stunden waren nicht so geil für mich. Okay. Ja, hatte man immer mal dazwischen, hatte ich auch. Das hast du halt mal zwischendrin, ne? Davon sollte man sich nicht unterkriegen lassen. Hm. Ein paar Küchen habe ich jetzt gekillt. Was gibt's denn hier unten so Feines? Wie viel Leder haben wir denn mittlerweile? Elf Leder? Off. What? Alter, hatte ich gerade ein Glück. Warum? Ein Creeper hat gerade unseren Zaun in die Luft gejagt von den Kühen. Ja. Ich habe ihn nicht gehört. Alter. Alles destroyed. Aber irgendwie... Und unsere ganzen Kühe laufen frei herum. Ey, Creeper machen kaum noch Schaden, ey. Ja, ich bin auch nicht gestorben, komischerweise. Nö, ich bin gerade direkt neben dem Creeper explodiert. Also ein Creeper ist direkt neben mir explodiert, besser gesagt. Ich bin... Ich habe anderthalb Herzen Schaden gekriegt. Was? Du musst jetzt gerade alle Kühe wieder einfangen, ey. Das ist echt kacke. Ich muss das Ganze jetzt erstmal provisorisch zumachen. Eine Kuh ist abgehauen. Naja. Küchen, komm mal her. Komm, Baby Kuh. Baby Kuh, wo bist du? Barbecue? Ja, genau. Barbecue. Da ist jetzt Barbecue. Oder heißt der Dalu. Dalu Kuh. Oh, scheiße. Ich habe voll vergessen, dass die Kühe den Block hochkommen. Oh, nein. 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 ach hier bin ich ja ich finde es halt kacke dass hier jetzt alles so in die luft gesprengt ist macht das jetzt so halbwegs zu mit erde bleibt das loch da deshalb nicht so viel zeit und so viel ressourcen um ganze ding zu flicken ja wo waren wir denn stehen geblieben vor der creeper mich angegriffen hat weiß ich nicht mehr aber worüber wir uns auf jeden fall auch noch mal unterhalten können und müssen weil ich denke ich habe das jetzt vorbein ein paar anderen youtuber gesehen ich hatte jetzt in den letzten tagen sehr viel zeit sie auf die fähig jawohl ist irgendwo runtergefallen ja ich hatte nur noch wenig leben ich idiot habe nichts gegessen naja sie oft ist ja ich habe im stream darüber gesehen meine fresse macht das leben vom von pizmi okay und es hat mega spaß gemacht also ich gucke im moment das habe es cool let's play von grong diesbezüglich auch ziemlich geil also von dem spiel verspreche ich mir so einiges ja und vor allem von den ganzen updates die noch kommen sollen ja ist ja auch im moment erst in der close beta und das ist ja wie ich finde jetzt schon ziemlich geil ja es ist halt und da ist ja natürlich es ist halt mega finde ich also ich will jetzt nicht sagen es ist ich habe das extrem weil ich weiß ich alle spiele die ich bisher extrem gehypt habe ja mich total total enttäuscht ich finde es im gegensatz zu den ganzen anderen spielen die ähnlich diesem ganzen system sind besser also ich finde es auch also es hat es hat was an sich was mich catcht also aber dermaßen so dass ich sage dieses spiel muss einfach richtig spaß machen also ich ich will es mir echt holen close beta naja ich habe echt überlegt so versuchst du es du kannst ja noch irgendwie keys kriegen indem du den schreibst oder dich bewirbst und machst du die mühe aber ich will nicht in der beta spielen also nicht in der close beta spielen weil das ist ja noch alles so in den kinderschuhen und obwohl das schon sehr sehr ausgereifte kinderschuhe sind meine sagen ja ja das stimmt naja wir reden über sie oft dies reden wir später weiter denn unsere folge ist zu ende und ich wünsche euch viel spaß bis dahin